hallo und herzlich willkommen zu einer neuen woche ich hoffe alle sind gut gestartet ich mache heute kurz das q&a kurz und knackig drei spannende fragen ich habe das video schon mal abgeloadet und zwar gestern war ein bisschen zu lange und hat ein paar punkte nicht richtig angesprochen darum jetzt in einer kondensierten version frage nummer eins der perfekte split einen guten split auszuwählen für krafttraining mit der ambition hypertrophie maximalkraft funktionelle hypertrophie speed whatsoever bedarf einem guten split das heißt wie oft trainiert man pro woche und wie oft wiederholt sich der trainingsplan heißt es zum beispiel ein ganzkörpertraining macht man in zwei drei vier mal pro woche oder wie genau geht das in den sportwissenschaften ist man sich einig dass die beste frequenz für ein gutes training ein produktives training zwischen dreieinhalb tagen gehen sollte bis es sich wiederholt das heißt zweimal pro woche ist perfekt für ein training wenn jetzt eine person nur zweimal pro woche trainieren kann dann ist es natürlich so dass sein full body split am besten sich eignen würde es gibt auch gewisse individuen die sind übertrainiert beziehungsweise überarbeitet für den würde sich auch wenn sie schon etwas fortgeschritten sind immer noch ein full body trainings programm eignen es gibt diverse probleme gut schlechter schlaf schlechte ernährung eine nicht so ideale regeneration die kann beeinflusst werden durch viele faktoren beispielsweise auch ein hormonaushalt der nicht gleich in einer harmonie steht darum muss ich immer als coach oder alle als coaches auswählen hey wie ist es jetzt am gescheitesten zu trainieren dann ist noch natürlich der faktor muskelmasse und maximalkraft je stärker und je fortgeschrittener ein athlet ist und dabei rede ich von 1,5 bis 2,5 vom körpergewicht deadlift können oder squatten dann ist es natürlich so dass man auch die frequenz etwas besser anschauen muss denn zweimal full body oder zweimal squatten schwer pro woche würde da nicht gehen es gibt leute die können nur einmal pro woche deadliften und so müssen sie zum beispiel wenn sie ein full body trainings programm haben wie jetzt einige im dynamic sports als kickboxer schreibe ich ihnen zweimal ein full body training auf pro woche und einmal machen sie deadlifts und einmal machen sie squats oder in dieser phase die wir jetzt haben machen wir squats nur in der b-serie das heißt es ist nicht so neural anstrengend und wir können das tatsächlich zweimal pro woche machen aber wir haben nicht die ambition weil sie in der b-serie ist dass wir uns dort jede woche steigern mit dem gewicht das ist eine erhaltungsphase axel pürzel alex sorry alex pürzel ein österreichischer strength coach und powerlifting coach sagt dazu eine adaptiveness phase das heißt die phase die zwischen offseason und dann der neuen prep ist die könnten wir anschauen als nicht zu intensive vorbereitungsphase für die kommende aufbauphase diese adaptiveness phase allein schon das wort finde ich genial denn das beschreibt grundsätzlich das was ich probiere im fang schon bodybuilding zu machen mit den mit den athleten bevor wir eine aufbauphase machen machen wir uns ready mit unilateralen übungen das heißt zum beispiel einseitige belastungen wie kurzhandel drücken oder landes oder split squats oder et cetera andere übungen die uns dann für sicher sicher gehen lassen dass wir links rechts keine disbalancen haben dass wir verschiedene muskelgruppen auf trainieren können weak links dass wir priorisieren können was wirklich schwach ist im gegensatz zu etwas anderem und so können wir wirklich durch starten immer januar meistens also für alle bodybuilding-athleten im januar geht es dann richtig los mit dem aufbau training für die ein oder anderen die im april starten ist schon jetzt hat es angefangen auf jeden fall das ist so die philosophie vom functional bodybuilding die ich jetzt mit allen betreibe bis nicht bodybuilder sondern machst fußball macht basketball oder macht kampfsport ist es ähnlich bis fast gleich kampfsportler werden jetzt nicht eine season haben wie ein fußballer sie werden weniger kämpfe haben das heißt sie können anders periodisieren bzw ich kann anders mit ihnen periodisieren das heißt sie haben eine längere off-season und dann in dieser in-season müssen sie einfach ready sein für den kampf der luxus als kampfsportler ist also kein luxus aber die unterschiede sind natürlich dass man sich auf einen tag x vorbereiten kann das hat seine vornachteile im fußball müsst ihr einfach sehen dass in der in-season nicht viel krafttraining betreiben könnt die progressiv wirklich schwer sein kann weil auch hier noch mal warum splitten wir ihr müsst das krafttraining so splitten dass es nicht interferiert mit dem athletik bereich also mit dem fußballtraining zum beispiel ich hoffe ihr habt das richtig erklärt wenn ihr beispielsweise ein krafttraining macht und so schlapp seid um dann nicht gut performen zu können im fußballtraining wäre das für mich als strength coach auch nicht gut denn da steht meine arbeit im weg der arbeit eines anderen fußball coaches so müssen alle bereiche schön abgedeckt sein aber in einer in einer harmonie schlussendlich zueinander stehen jetzt das wäre mal das mit dem split aber die große und wichtigste frage ich schaue immer wieder auf den timer die wichtigste frage auch für euch coaches da draußen ist nicht was wäre das optimale verhältnis für die besten ergebnisse sondern die erste und große frage ist wie oft kann ein kunde tatsächlich über mehrere wochen hinweg trainieren pro woche wenn er sie wenn er oder sie nicht mehr als zweimal pro woche trainieren können dann müsst ihr euch gar nicht so viel fragen dann bleibt bei einem full body split und macht das beste daraus wenn der kunde eventuell zwei drei vier fünf mal pro woche trainieren kann von anfang an dann auch noch mal die frage super kannst du das weiterhin machen die nächsten zwölf wochen 24 wochen super geil aber jetzt kommt es aber müsste anschauen okay macht es sinn wenn ja wenn der kunde viermal pro woche trainieren kann das viermal kraft training macht oder dass er dreimal kraft training macht und vielleicht noch ein austauertraining das muss jeder in der einzelnen situation entscheiden wichtig ist jedoch hier auch zu schauen macht er fortschritte macht er oder sie fortschritte wie ist die grund bzw die ausgangslage der person was ist das ziel der person all diese dinge müssen in harmonie stehen und man darf nicht einfach sagen geht das ist das beste der beste split denn das gibt es nicht der beste trainingsplan früher morgen der beste trainingsplan gibt es nicht also schreibt ihn nicht ab sondern probiert anhand von euren erfahrungen und kraft werden und progression zu entscheiden wie weiter es gehen soll im training das erste frage gewesen die zweite frage betrifft der das volumen noch einmal wie viele sätze wie viele wiederholungen pro muskelgruppe an und für sich bin ich jetzt mittlerweile ein fan von schwererem training dass es geht auch an die physios da draußen die das video anschauen wenn ihr kraft training betreibt sei es in der reha phase sei es in der muskelaufbau phase oder präha phase ist ja auch eine phase die man jetzt betitelt hat aber nichtsdestotrotz heisst es immer noch hypertrophie phase oder adaptiveness phase könnte man auch sagen geht es darum dass ihr strukturen belastbar macht und stark in einem rep range zwischen 8 bis 15 wiederholungen findet das nicht so viel statt und das wird uns aber in der fitness ausbildung beigebracht zwischen 8 bis 15 wiederholungen oder mehr diese sogenannte kraft ausdauer was es mit der kraft ausdauer auf sich hat ist wir brauchen sie im alltag nicht weder ältere leute meine eltern trainieren ich jetzt auch mittlerweile mit erfolg und sie sind happy ich bin happy sind auch nicht die jüngsten ich trainiere sie im rep range zwischen vier bis acht wiederholungen und diese rep range ist für mich ideal weil sie trainieren schwer genug mit berücksichtigung eines langsamen tempos das heißt 4010 3010 3030 diese konzentrischen exzentrischen phasen mit einem guten tempo zu dominieren heißt wir sind wir beugen vor vor verletzungen wenn wir aber natürlich schweres gewicht sehr explosiv machen würden was die meisten damit assoziieren wenn sie sagen ja vier wiederholungen maximal krafttraining dann ist natürlich das risiko der verletzung sehr hoch aber davon rede ich nicht das heißt auch in der physiotherapie oder im mtt probiert mal aus zwischen vier bis acht wiederholungen und dass das geheimnis daran ist das tempo 401 und das heißt vier sekunden die exzentrik 0 in der bottom range ab eine sekunde in der konzentrischen und auch wieder in der end range 0 sekunden also quasi exzentrisch betont warum das sich so super eignet ist man hat tatsächlich fünf sekunden pro wiederholung fünf sekunden mal vier dann hat man eine ideale time und retention pro satz kann man natürlich auch erhöhen man kann es längs immer machen man kann sechs wiederholungen machen dann wäre man sechs mal fünf sekunden und so hat man immer noch genug time und attention für einen stimulus der hypertrophie auslösen kann für einen reiz der auch maximalkraft betont sein kann also das ziel dass die maximalkraft steigert und schlussendlich das ist das wisst wesentlich wichtigere egal ob jetzt anfänger reha preha amateur oder bodybuilding pro wir können uns darauf einigen dass mit schwerem gewicht und langsamem tempo die wahrscheinlichkeit da ist dass wir diese diese übung gut ausführen können mit 15 wiederholungen ob aber wie gesagt amateur oder profi ist die wahrscheinlichkeit groß dass die bewegungsqualität darunter leiden wird ich habe noch nie gesehen und das muss ich auch ehrlich sein nach 15 jahren trainer sein ich habe noch nie gesehen dass ein anfänger mit 15 wiederholungen 15 wiederholungen wunderbar ausgeführt hat weil 15 wiederholungen auch wieder hier mal vielleicht drei vier sekunden ist schon eine sehr lange time und attention mit wenig bis gar kein gewicht und trotz allem ist die bewegungsqualität gefällt sie zusammen weil die sogenannte kraft ausdauer da fehlt aber die kraft ausdauer fehlt mit wenig gewicht bei einer bewegung die sie noch nie gemacht haben die komplex ist wie die kniebeuge und das gewicht ist nicht so hoch dass sie wirklich adaptieren können auch in den sportwissenschaften reden wir von einem minimum 70 prozent des 100 max vom gewicht das wir nehmen müssen damit ein trainingsrelevanter reiz gesetzt werden kann das heißt ihm ist doch fragen 15 wiederholungen wahrscheinlich ist es eher 60 bis 50 prozent des 100 max ein 100 max als im anschluss müsst ihr natürlich nicht immer ein 100 max test machen ihr könnt davon ausgehen dass wenn ihr acht wiederholungen schafft oder zwölf wiederholungen schafft mit einem gewicht dass das zirka 70 prozent alles 100 max sind es gibt unterschiede es gibt ausnahmen beispielsweise der beinbizeps da ist eine ausnahme da ist die 70 prozent der 100 max nur acht wiederholungen im durchschnitt das heißt ihr könnt ein tipp auch bei den beinbeuger übungen sei es stiff leg deadlifts oder beinbeuger liegend probiert es mal aus ich habe es jetzt auch eingeführt mit fast allen und mit fast allen geht mit acht wiederholungen die beste progression weiter über acht wiederholungen wäre dann wieder arm wieder auch kraft ausdauer für den beinbizeps die faser die komposition der fasern beziehungsweise die fast switch fasern der beinbizeps sind anders wie in anderen muskelgruppen das heißt sie sind nicht so ausgeprägt dafür dass sie mehr als acht wiederholungen mit einem signifikant hohen gewicht machen können darum also das auch theorie praxis muss man üben habe ich jetzt kann bestätigen doch das ist zu mehr fortschritte mit weniger wiederholungen und berücksichtigung der time und retention das war ein langer monolog die dritte frage ernährung ich habe das das thema leider schon lange an geteasert habe es aber nicht beendet bzw gehe ich kurz darauf ein es gibt viel literatur viele gute bücher über aminosäulen über supplementation welche supplemente man nehmen kann jetzt rede ich von uns und rede auch von der praxis im wenn man sich in einem bereich spezialisiert fällt es natürlich etwas kürzer dass man sich auch in anderen bereichen gleichzeitig spezialisieren kann supplementation war ein thema das mich extrem interessiert hat vor fast zehn jahren mittlerweile habe ich so meine supplemente die ich hier und da benutze für die kunden für die athleten für mich und darum sage ich euch diese es gibt sicher andere aber jetzt bevor ich sage was für supplemente ich empfehle die grund philosophische frage habe ich auch im letzten video etwas länger halt ausgeführt ist wenn du kopfschmerzen hast nimmst du eine panadol oder ponstan oder aspirin whatever bist du keine kopfschmerzen hast du wartest eine stunde du nimmst die tablette was eine stunde ob du noch kopfschmerzen hast eventuell worst case vielleicht nimmst du noch eine zweite tablette mit absprache vom arzt aber nach diesen zwei tabletten wenn du immer noch die genau gleichen kopfschmerzen hast dann ist es wahrscheinlich nicht so dass du eine dritte tablette nehmen muss für die kopfschmerzen damit sie weg ist und dann musst du zum arzt irgendetwas stimmt nicht oder etwas anderes kann das problem lösen sei es du hast zu wenig getrunken sei es dein elektrolytenhaushalt ist nicht gut whatsoever sogar schlimmstes szenario irgendetwas stimmt normal nicht mit dir und du musst sofort zum arzt aber niemand würde auf die idee kommen eine aspirin zu nehmen wenn keine kopfschmerzen da sind das heißt medikamente würde ich immer so anschauen für die leute die da mit dem gedanken spielen trt zu machen oder enhanced bodybuilding zu betreiben ein medikament ist immer medikament egal ob du sport damit betreiben willst oder gesundheitsorientiert leben willst darum immer zuerst schauen brauche ich etwas brauche ich den effekt weil mit jedem effekt kommt auch ein nebeneffekt bei den supplementen jetzt die grundphilosophische frage ist es ähnlich aber anders ähnlich im sinne von ich würde nie ein supplement nehmen nur weil es mein profi bodybuildings guru schrägstrich vorbild mir sagt ich muss das nehmen eventuell brauchst du es nicht es gibt sehr viele hype superfoods supplemente wie einzelne aminosäulen die nehme ich dann vor dem training nach dem training während dem training und dann gibst du dein geld aus und ich sage immer mit einem lächelnden auge wenn ihr zu viel geld habt dann schicke ich euch meine kontonummer ladet es mir drauf aber viel von diesem scheiss das ihr kauft ist total unnötig darum schenk es lieber uns wir können damit was anfangen also jetzt der gratis tipp ihr braucht gar nichts außer jetzt kommt meine recommendation einen guten protein shake also ein way oder wenn du veganer bist ein reis protein das haben wir auch beides auf lager wir haben mittlerweile ein clear way das ist ein etwas weniger schäumendes whey protein drei gute geschmäcker haben wir kirsch limette und tropical die drei geschmäcker werden wir in den nächsten zwei wochen auf und stock haben also könnt ihr das auch probieren ansonsten ein gutes whey protein isolat sei es vanille da kannst du auch noch am morgen früh mit frozen berries und eine halbe avocado mischen falls du ein ein quickie brauchst am morgen früh und nicht genug zeit als zum kochen das ist nummer eins nummer zwei ein super gutes magnesium also ein trikomplex von uns wir haben dort bisglycinat zitrat und das dritte ist mir jetzt gerade entfallen malat wahrscheinlich ein magnesium hat sehr viele aufgaben eines davon ist natürlich das hilft gegen krämpfe aber es nur eines davon um es um es kurz zu fassen magnesium hat eine wesentlich wichtigere rolle als dass man denkt und als sportler jetzt kommt diese frage mit diesem kopfschmerzen und aspirin als sportler du machst viel mehr sport du spürst zwar vielleicht noch nicht krämpfe aber hier kommt dieser unterschied hier musst du eine art versicherung lösen als sportler wenn du wirklich viel sport treiben willst brauchst du eine versicherung und diese versicherung so wie wir in der schweiz krankenkasse zahlen zahlen wir mit der hoffnung dass wir sie nie brauchen das heißt ein magnesium dient dir auch dazu als versicherung du nimmst prophylaktisch genug magnesium zu dir und du wirst im best case eine leichte veränderung merken deiner leistungsfähigkeit und deiner schlafqualität du kannst besser einschlafen du kannst besser durchschlafen und du fühlst dich fitter am morgen im worst case kannst du es anfangen und reduziert eine dosis auf zwei kapseln pro abend oder kannst auch mal auslassen auf jeden fall magnesium ist sehr wahrscheinlich das unterschätzteste supplement das wir kennen und darum empfehle ich das jedem nummer drei jetzt kommen wir zu dieser zu diesem anders denken von supplementen ein multivitamin multi zink haben wir auch von der gleichen marke ypsi einer hervorragenden marke alles produziert in deutschland alles schön kontrolliert also keine dopingverdacht oder was auch immer auch gute qualität der quellen ein multivitamin dient dir auch als eine art versicherung du nimmst es mit der besten hoffnung dass du alles abgesichert hast die wasserlöslichen vitaminen sind sowieso kein problem das ist quasi teures urin jedoch ist nicht so teuer also einfach nur als als gedanken anstoß zink das auch immer wesentlich ein unterschätztes supplement jedoch brauchen wir zink nie nie niemals in so einer hohen dosis wie es im bodybuilding oft geprahlt wurde 150 milligramm weil es ist ein natürlicher aromatase hemmer weil es ein testosteron booster ist blablabla reiner bullshit also wie gesagt darum nur ein multivitamin plus zink es gibt auch noch andere dinge wie zum beispiel folsäure ist auch noch in diesem multivitamin drin darum ich kümmere mich gar nicht darum ich habe jetzt diese diese produkte schon aufgezählt und auf die in vertrauen ich weiß die wirkung ich kenne den protokoll wie alle sich fühlen also let's go das meine empfehlung das letzte und vierte produkt das ich empfehle für allrounder beziehungsweise ich gebe auch noch zwei jetzt im herbst speziell wäre vitamin d plus vitamin k das ich in der combo empfehle wir haben das in tropfen form das heißt eine pipette könnt ihr auf den mund tröpfeln lassen ihr könnt eine halbe pipette nehmen wenn ihr wirklich einen tiefen vitamin d haushalt habt oder ihr könnt einfach nach verpackung dosieren wie ihr wollt es ist so dass vitamin d sehr sehr unterschätzt ist surprise was alle supplementen sind unterschätzt jedoch auch wieder viele sind überschätzt vitamin d im winter sehr hilfreich vor allem für die etwas dunkelhäutigeren menschen unter uns beziehungsweise für fast alle weil wir alle nicht viel sonnenlicht bekommen im winter hellhäutig oder dunkelhäutige aber speziell für dunkelhäutige dass der vitamin d haushalt wenn wir einen niedrigen haushalt haben werden wir depressiv werden wir lethargisch werden wir kraftlos und apathisch also all diese adjektive die nicht so gut sind dann vitamin d ist auch gut für die knochenbildung beziehungsweise für die knochendichte für meine eltern für ältere leute vitamin d sehr sehr wichtig fun fact die ältesten lebenden menschen einerseits sind auch in sardinien zu hause sardinien ist das land das am meisten fisch konsumiert pro kopf pro ältere menschen und fisch hat sehr viel vitamin d hat sehr viel omega 3 also das fünfte supplement omega 3 omega 3 würde ich nur dann nehmen wenn ihr wirklich merkt hey eure ernährung braucht mehr vitamin braucht mehr omega 3 ich esse zu wenig fisch ich esse zu viel omega 6 fettzäuren im verhältnis also zu viel scheiße und ich kann es mir noch nicht abgewöhnen omega 3 für schwangere super für sportler sehr gut für ältere leute sehr gut dass dh das ist an dh dh das ist der eine dieser omega 3 fettzäuren ist als sehr wichtig für die hirnleistung also auch dort kognitive leistungsfähigkeit steigern omega 3 3 gramm am tag am morgen früh einnehmen das allerletzte supplement es kommt doch noch ein extra das wäre das inositol das inositol ist ein supplement welches ich noch nie gekannt habe vor vier jahren drei jahren drei jahren und dass ich jetzt aber nicht wegdenken kann es hat sehr sehr viele einsatzbereiche spoilers für die da draußen die kinder haben wollen als frau inositol wirkt wunder ist verbessert die eizell qualität das verbessert beziehungsweise ja sorgt dafür dass der zyklus regelmäßiger kommt für leute und für frauen die mit dem zyklus etwas probleme hatten aber jetzt natürlich der primäre die primäre hauptaufgabe von inositol im coaching ist nicht das sondern die schlafqualität verbessern wenn ihr schlafprobleme habt supplementiert inositol supplementiert magnesium könnt ihr beides bei uns holen und eure schlafqualität wird signifikant besser also das waren meine tipps für die supplemente denn das war das q&a vielen dank 22 minuten also ich wünsche euch ganz eine gute woche einen guten start in die neue woche und wir sehen uns am dienstag also morgen im strength und für alle anderen coaching member bitte tragt euch an unter der homepage jfp-coaching.com für freie coaching slots für alle neuen anwerber beziehungsweise interessenten die discovery calls die sind eine etage weiter oben über den coaching slots bitte dort anmelden das sind 15 minuten gratis gespräch mit mir damit wir eine standortbestimmung haben damit ich euch helfen kann mit dem angebot was ich für euch berat habe oder falls es gar nicht etwas ist für euch werde ich euch genau dann sagen so sparen wir zeit vielen dank ich verabschiede mich und bis dahin jschner 1 ja jff j jff 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 jff